Obenwald Zombie mode Zombie mode Ah 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 And And that is something what many people do I mean I had more than 300 seminars in the last year We have some very nice props for this Wir sind hier in Deutschland. Wir haben alle rund um uns. Wir haben Michael und hier ist der Hauptmann, Calvin. Checkt die Jacket und die Logos. Hier ist Gabor. Gabor, sag euch. Okay, so just have a quick look around. Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Calvin und ich habe gerade einen Gast aus UK, England, Glenn Duis und der kann sogar ein bisschen Deutsch. Ich habe mir gedacht, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen Deutsch reden. Ich weiß nicht, wie viel er kann. Keine Ahnung, er hat ein bisschen geübt. Hallo Glenn, wie geht's? Ja, ich gehe gut, danke. Das ist ein guter Start. Ja, ja, ja. Ich gehe gut. Ich gehe gut, ja. Okay, sag ein bisschen was über dich. Ich heiße Glenn und ich von Ihnen ein Glanz. No, no. What are you laughing for? No, no. By the way, it was good. Es ist nicht lustig. Okay. Hey Leute, vielen Dank für den Support. Ich signiere gerade DVDs, damit sie bei Ebay besser gehen. Ne, aber vielen Dank. Einmal in diesem Layout und einmal in einem anderen Layout, wo ebenfalls ein kleines Chatfenster sein wird. Ich bitte aber nochmal darum, dass dieser Chat kaum genutzt wird, sondern nur dann angenutzt wird, wenn er ihn wirklich braucht. Okay, das ist ein Lестermal und einig. Holy shit. Alter, das ist laut. Das war für die Videos. Das ist laut, Mann. Oh Gott, das ist laut. Das war jetzt siehst du mich, oder? Warte mal, jetzt geht's aber nicht bei uns im Hintergrund, warte mal, warte mal, das geht gar nicht, ey, ist doch krasses Wetter, oder? Aber jetzt geht's noch, eben gerade sind noch Mülltonen davon geflogen, ey, und der Gabor filmt auch gerade, guck mal, Hollywood Uncut, juhu! Wo sind wir? Bei einem Lieblingschinesen in Schwetzingen, wieder mal. Und sind wir alleine? Nein, wir sind ja nie alleine hier in Schwetzingen, oft das ist ja alles eine tote Stadt. Wer ist noch mit uns hier? Ferdi, dann, den Namen hab ich vergessen jetzt. Julian. Julian. Aus Konstanz, nicht Konstanz, Kamerakincamp. Und wer noch? Und Zombies. Und Zombies, oh, jetzt kommen gerade zwei Menschen rein. Die sind doch der Jäger, das sind Jäger, weißt du. Ey, Gabo, warte mal, ich muss leiser reden, Gabo ist voll der, der nennt alte Menschen immer Zombies. Da ist ein Zustand ganz gut beschreibt, ey, ich will niemanden beleidigen, vielleicht guckt das jemand, der alt ist, aber... Und ich muss sehen, vielleicht muss ich die Lichter in der Backen ein bisschen darunter bringen. So, lass uns noch ein paar Schauke machen, vielleicht die Elböse ein bisschen... Ja. Und dann, schau dir den Körper ein bisschen. Das ist geil. Hey Leute, was geht ab? Ich bin hier gerade mit Starfotograf Manfred Baumann in Skype. Manfred, sag mal was. Ich verstehe nicht, was er meint. Der hört sich an wie ein Mickey Mouse, oder? Okay, three, two, one, das ist nice. Und let's switch the light source to a response. When I was 30 or 10 years ago, they were very slow. Those guys are fast. Oh, cool. Five questions right now. And every time, whatever I ask you, you have to say yes. But look at my face, don't smile. And whatever I tell you, you have to say yes, right? Yeah, correct. Okay. Oh, very clever. Then it will not work. Okay. Okay, go. Okay. Okay, all right. Okay. Die Elben oben, den Hintern vielleicht ein bisschen weg. Oder zur Not müssen wir dich ein bisschen drehen, weil du das nicht zu frei kommt. Ja. Ja, das ist besser. So ist geil. Okay, da muss ich machen. Eins, zwei, drei. Das wird noch ein bisschen schierendes Bild. Okay, alles klar. Nummer 13. Oh! Oh, Mann. Das war die letzte runde. Respekt, respekt! Das war's für die Ritz. Ja, ja, ja. Drei, zwei, eins. Oh! Oh! Das war gut. So, beat the record.